Für viele der häufig verwendeten Diagramme in Excel können wir Dinge wie zum Beispiel den Diagrammtitel oder auch Achsentitel automatisch aus bestehenden Zellen erzeugen. Dazu wähle ich einfach nochmal meine Daten hier aus und benutze das Tastaturkürzel Alt F1, um hier schnell ein Diagramm zu erzeugen, das ich jetzt hier bekomme. Ich kann jetzt hier natürlich den Diagrammtitel doppelt klicken und etwas eingeben oder ich klicke den Diagrammtitel einfach nur so an, dass er mit diesem Kästchen umrahmt ist und beginne dann zu tippen, indem ich sage Istgleich. Wir sehen hier nichts, wir sehen allerdings, dass oben in unserer Formelleiste etwas eingegeben wurde und dann klicke ich einfach diese Zelle hier Verkäufe an. Das Ganze sieht ein bisschen komisch aus, da wir hier eine zusammengesetzte Zelle haben, die also von A bis G geht. Wenn ich das Ganze jetzt aber mit der Enter-Taste bestätige, dann sehe ich, dass wir Verkäufe hier korrekt angezeigt bekommen. Und das ist jetzt einfach verbunden mit dieser Zelle hier oben. Genau dasselbe können wir auch für Achsenbeschriftungen machen. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich möchte diese Zelle hier drunter, die Prognose für den Absatz ab 2021, hier an meiner linken Seite als Achsenbeschriftung haben. Dazu kann ich entweder hier beim Diagramm direkt auf das Plus klicken oder ich gehe im Kontextmenü Diagrammentwurf, auf Diagrammelement hinzufügen, Achsentitel und wähle den primären vertikalen Titel aus. Der ist dann für mich direkt ausgewählt. Ich kann also wieder beginnen zu tippen, indem ich sage Istgleich, wähle diese Zelle aus, auch eine zusammengesetzte Zelle, drücke Enter und habe das dann hier so als Titel eingegeben. Ich habe es eingangs gesagt, das Ganze funktioniert reibungslos für die geläufigsten Diagrammtypen. Es gibt allerdings einige Diagrammtypen in Excel, wo das Ganze so nicht funktioniert. Und das wollen wir uns kurz anschauen, indem wir hier ein zugegebenermaßen nicht besonders aufschlussreiches Wasserfalldiagramm haben. Wenn ich jetzt hier meinen Diagrammzettel auswähle, so dass er mit dieser Box umrahmt ist und beginne zu tippen Istgleich, dann sehe ich, dass wir hier oben in unserer Formelleiste überhaupt nichts haben. Sondern ich gebe hier einfach in das Textfeld etwas an. Und das bringt mir überhaupt nichts. Es gibt aber dennoch die Möglichkeit, wie wir das auch hier mit einem kleinen Workaround schaffen können. Und dazu gehen wir oben im Menüband auf den Punkt Einfügen. Und dann relativ weitere Echts unter dem Punkt Text, Textfeld auswählen. Und dann kann ich das Ganze hier einfach einzeichnen. Sobald ich das gemacht habe, dann klicke ich in mein Textfeld auf den Rand und kann in meiner Bearbeitungsleiste eingeben Istgleich, meine Zelle auswählen, mit der Enter-Taste bestätigen und dann sollte ich meinen Text eigentlich sehen. Wer den Text nicht sieht, so wie ich im Moment, kann nochmal zur Sicherheit ins Startmenü gehen und als Schriftfarbe schwarz auswählen. Und dann wird der Text auch entsprechend richtig angezeigt. Und ich kann ihn dann hier hin und her bewegen, so wie ich die Überschrift in meiner Tabelle, in meinem Diagramm gerne hätte. Diese beiden Titel, hier Verkäufe und auch hier Verkäufe, sind jetzt natürlich an diese Zelle geknüpft. Und das kann extrem sinnvoll sein, wenn ich das zum Beispiel später mal ändern würde. Ich könnte zum Beispiel sagen, das sollen hier keine Verkäufe sein, sondern Verkaufsprognosen. Dann kann ich den Titel hier ändern, bestätige das mit Enter und sehe, dass das automatisch für mich übernommen wird. Hier muss ich mein Layout dann nochmal ein bisschen anpassen, da das nicht ganz in das Textfeld passt. Aber wir können trotzdem mit diesem Textfeld-Workaround auch bei Diagrammen, die das nicht wie dieses normale Säulendiagramm zum Beispiel automatisch ermöglichen, dass wir eben mit ausgewählten Titeln das gleich eingeben und eine Zelle auswählen, können wir diese Textbox nutzen, um das Ganze zu umgehen.